Meine Damen und Herren, Sie werden gleich eine der berühmtesten Arien der Operngeschichte hören, Nessun Dorma aus Giacomo Puccini's Oper Turandot. Wir befinden uns am Beginn des dritten Aktes dieser Oper. Prinz Karlaff hatte die drei Fragen beantworten können, die Prinzessin Turandot all denen stellte, die um ihre Hand anhielten. Er hat nun seinerseits ihr eine Aufgabe gestellt. Wenn sie bis zum kommenden Morgen seinen Namen herausfindet, dann verzichtet er darauf, die Heirat mit ihr zu fordern. Er malt sich in dieser Arie aus, was in Peking, wo diese Oper spielt, wohl gerade passiert. Nessun Dorma, keiner schlafe. Das heißt so viel, wir alle sind unterwegs, alle versuchen seinen Namen rauszufinden. Er ist sich aber sicher, dass das niemandem gelingen wird. Deswegen steht am Ende dieser Arie ein triumphales Vincereau. Ich werde siegen. Es singt der amerikanische Tenor Robert Watson in unserem Ensemble seit 2016 und hier bereits in mehreren wichtigen Rollen, so als Don José in Carmen oder in der Titelpartie von Offenbachs Comte d'Orphman zu erleben. Er wird begleitet von unserem musikalischen und der Titelpartei von Spanzen und剫ב�anein, von丈夫 und Bildern auszuwerden. Er ist ein solches Geschenk, der Nessun torme Tu pure, Principesa De la tua fredda stanza Guardi le stelle WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020